Hallo, ich bin wieder da. Es geht jetzt weiter mit Part 7. Was sind das für welche? Machen die vielleicht einen Doppelkampf? Von mir aus. Da kann ich gleich mal meinen Mirabella trainieren. Jo, Doppelkampf. Das sind Minon, ok? No, es hat überlebt. Was? Oh, Mann. Tschüss. Gut, Doppelkampf. Mit Ruppie ist Doppelkampf. Mirabella ist Doppelkampf. Ach, wie oft wollen die noch heulen? Ich glaube, es gibt überhaupt keinen Grund zu heulen. Mann. Und tschüss. Wäre schön, Mirabella ist Doppelkampf. Unter 6 sogar. Sehr gut. Ich muss mich bedanken. Da ist ein Angler. Mann, hat der da eine Macke? Ja, ich mach mit dir einen Kampf. Ist schon gut. Schon gut. Alter Mann. Sehr schön, Merkel. Ja, es ist zeckelig. Stört mich nicht. Das bringt auch nicht viel. Okay. Sehr schön. Level 7. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Ja, egal. Egal. Gut. Auch erledigt. Äh. Oh. Und jetzt Tropi. Sehr schön. Ja, und hier Doppi. Es heult mich an. Ich hasse es nicht. Ah. Warum heuen die immer? Ah, daneben. Hm. Ah. Ich habe das selbe 8. Ah, nee. Ich habe nicht die Tropie wieder. Ah, der will nicht. Schade. Mirabla. Ja, toll. So. Den kann ich jetzt wegmachen. Ah, ja. Es wäre nett, wenn ihr mal zu meinen Videos Kommentare geben würdet. Damit ich weiß, wie ihr meine Videos findet. Und damit ich weiß, was ich verbessern kann. Das wäre echt nett von euch. Also bitte, schreibt ein paar Kommentare. Das wäre echt nett. Na gut. Nun gehe ich in diese Höhle. Oh ja, ein Trainer. Mal sehen, was er hat. Der denkt heute, er ist Superman oder wie. Ein Kindwurm. Okay. Gut. Ach, nee. Okay. Ja, daneben. Und tschüss. Besiegt. Was ist denn noch so? Okay. Hier brauche ich Surfer. Ein Stoll-Lunier. Ein Stoll-Lunier. Mal sehen. Schade. Hättest du überlebt, hätte ich es wahrscheinlich nicht gefangen. Aber das war jetzt nicht der Fall. Wird. Geduld, oder? Naja. Ist auf jeden Fall besser als heute. Was gibt es hier noch so? Ein Kleinstein. Würde ich absolut nicht. Okay. Ein Wingull. So, nur werde ich da hingehen, wo ich als nächstes nehmen muss. Und dazu muss ich erstmal den Weg hier zurückgehen. Ich will erstmal, dass sich mein Hitropi entwickelt. Darum werde ich das jetzt so lange trainieren, bis es sich entwickelt. Oh Mann, aber mit solchen schwachen Dingern auf Level 2 wird das vollkommen was. Oh Mann. Aber da liegt ja noch ein Pokéball. Und da auch. Ein Eta. Wow, toppe Leber. Seemops. Oh Mann, das ist jetzt blöd. Ein Drasser. Okay, ich beende das Video hier jetzt. Bis zum nächsten Mal.